Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zur Saisoneröffnung in der Reiferbahn, wo heute die C-Jugend ihre Saison beginnt. Und wir beginnen mit dem Spiel der zweiten C-Jugend des SV Grün-Weiß-Schwerin gegen die TSG Wismar. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Lopo, Lopo! 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 Das ist so unglaublich. 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 Das ist so unglaublich.